Vanessa Blumhagen ist ein absoluter Publikumsliebling im Sat.1 Frühstücksfernsehen. Die Society-Expertin trifft mit ihren knallharten Analysen rund um die Promis den Nagel meist auf den Kopf. Dabei stehen gerne auch Fashion-Fauxpas und kleine Pannen der Stars im Fokus. Ausgerechnet so ein Missgeschick passiert der schönen Brünetten nun selbst. Die 45-Jährige zeigt sich im knappen weißen Sommerkleid gut gelaunt auf Instagram. Mit wenig Make-up, aber dafür umso besserer Laune, genießt Vanessa einen sonnigen Tag bei einem Poloturnier in der Nähe von Hamburg. Ihr Outfit sorgt für Begeisterung bei den Followern. Doch das kurze Kleid wird diesen Tag nicht überleben. Nur wenig später postet Vanessa dieses Bild. Eine falsche Bewegung, der Griff nach dem Glas oder irgendwas anderes und mein Kleid sieht so aus, schreibt sie zu dem völlig zerfetzten Kleid. Mit ihrem Gesichtsausdruck unterstreicht sie, wie traurig sie über das große Loch in dem Stoff ist. Doch lange wird die Trauer hoffentlich nicht andauern. Denn eines steht fest, Vanessa sieht in jedem ihrer Outfits einfach umwerfend aus.